Hi, ich bin Dine und ich mache bei Analyte Jena meine Ausbildung zur KV für Groß- und Außenhandelsmanagement in der Fachrichtung Außenhandel. Ich habe im Internet eine Ausbildungsanzeige der Analyte Jena gesehen, mich dann auf der Internetseite darüber informiert und dann beworben. Mein erster Eindruck vom Unternehmen war, dass die Kollegen sehr freundlich und hilfsbereit sind, vor allem nebenüber die Auszubildenden und dass man sehr schnell eigenständig Aufgaben zugeteilten konnte. Meine Ausbildung fing mit zwei Willkommens-Tagen an, die von zwei Auszubildenden gestaltet worden waren. Da bekamen ich Schulungen und die ersten Einblicke in das Unternehmen und wir waren auch in einem Escape Room. Danach kam ich in meine Stammabteilung, wo ich jetzt so eingearbeitet werde und Stück für Stück mehr Aufgaben zugeteilt bekomme. In meiner Freizeit tanze ich in einer Funkengarte und treffe mich gerne mit meinen Freunden. Für meine Zukunft weiter Analyte Jena rieche ich mir, dass ich weiterhin spannende Aufgaben zugeteilt bekomme, weiter neue Bereiche kennenlerne und nach Beendigung meiner Ausbildung übernommen werde.